Die Begnadung Sarvabhomas Über die Begegnung Chaitanyas mit Sarvabhoma, einem der tonangebenden indischen Philosophen seiner Zeit, gibt es drei ausführliche Berichte, die voneinander abweichen. Es treten drei verschiedene Schichten im Wesen Sarvabhomas zutage. Vrindavan Das, der Autor des Chaitanya Bhagavata, ist mehr an den Gestalten und deren Spiel Lila miteinander interessiert, weniger an Philosophie. Sarvabhomas Liebe zu Bhakti wird schon von Anfang an sichtbar. Im Chaitanya Chandrodaya ist der gefeierte Lehrer äußerlich ein harter skeptischer Logiker. Im Chaitanya Charidamrita ist er ganz in dem Denksystem Shankaracharyas befangen. Alle drei Berichte jedoch münden einstimmig in die hier wiedergegebenen, huldigenden Strophen, die Sarvabhoma dem Chaitanya widmete, als er dessen wahres Wesen erkannte. Der Hintergrund der Begebenheiten ist der tägliche mächtige Kult im Tempel, Chagannath Krishnas. Sarvabhoma ist der oberste Priester dieses Tempels und einflussreicher Berater des Königs von Orissa. Der Kult des sogenannten Holz-Prama in Puri ist sehr alt. In dem klassischen Kommentar des Rigveda von Sayana, Fusnode 470, im Rigveda 10.155.3, dort in fernem Land jenes Holz, in Klammer die aus Holz bestehende Purushotama genannte Form der Gottheit, das A-Puruja ist, in Klammer nicht von einem Menschen geformt wurde, am Ufer des Meeres, über dem Wasser, jenem, in Klammer Holz, witzme dich, o Unsterblicher, in Klammer Sänger, der von niemandem getötet werden kann, durch es, in Klammer, durch den zu verehrenden Deva aus Holz, gehe zu dem Höchsten, in Klammer, dem herrlichsten Reiche, Vishnus. Der Kult des sogenannten Holz-Prama in Puri ist sehr alt. In dem klassischen Kommentar des Rigveda von Sayana wird die Strophe Rigveda 10.155.3 auf diesen Kult bezogen. Im siebten Akt des Chaitanya-Chandrudayam wird geschildert, wie das Brahma in Menschengestalt, in Klammer Krishna Chaitanya, und das Holz-Brama, in Klammer, das Bildwerk Jagannath Krishnas im Tempel, einander anblicken. Und es wird betont, dass kein Unterschied zwischen beiden besteht. Chaitanya-Bhagavata-She-Shakanda 2 Mit dem Schritt eines trunkenen Löwen ging er schnell und betrat das Innere der Tempelburg. Es war Gottes Wunsch, dass gerade zu dieser Zeit Sarvabhoma kam, um Jagannath zu sehen. Da kam Gaurachandra, das Leben der Welt, und schaute die Bildgestalten, den Jagannath Krishna, Subhadra, Krishnas Schwester, die Yogamaya, und Shankarshan, Balarama. Als Prabhu Jagannath sah, brüllte er laut, Humkara, und wollte Jagannath umarmen. Und von Ananda überwältigt, tat Vishwambara einen Sprung. Nach allen Seiten spritzten die Tränen sein Augen, und in einem Augenblick von Ananda stürzte er ohnmächtig hin. Die törichten Tempelwachen sprangen hin, um ihn zu schlagen. Doch schnell hinderte sie Sarvabhoma daran. Denn er dachte, eine solche Schakti kann ein bloßer Mensch nicht haben. Dieses Brüllen, Donnern, dieser Prämerstrom, das ist Offenbarung von etwas Überweltlichem. Sarvabhoma schüchterte die Tempelwachtleute ein, die nun in Entfernung voll Furcht saßen. Prabhu ist fast ohne Bewusstsein. Er, der Herr von Vaikuntha, sah nur den Jagannath, seinen eigenen geliebten Leib. Prabhu war versunken in sein Wesen als Bhakta, und ohne Bewusstsein der Außenwelt trieb er in den Fluten des Prima-Ozeans. Sarvabhoma sorgte dafür, dass seine Ananda-Ohnmacht nicht gestört werde. Schließlich beschloss Sarvabhoma, Prabhu in sein Haus zu bringen. Und er gab der Tempelwache den Auftrag, diesen Menschenjuwel aufzuheben. Und sie tun es nach der Art, wie beim Wagenfest die Bildgestalt Jagannaths vom Thron auf den Wagen gehoben wird. Wer versteht das geheimnisvolle Benehmen des Herrn, dass er auf diese Weise vom Throne im Tempel in Sarvabhomas Haus kam? Und unter Harirufen trugen sie ihn fort, als gerade seine Bhaktas hinzukamen und sahen, wie die Leute ihn forttrugen, so wie Ameisen ein Reiskorn tragen. Sarvabhoma gab den Bhaktas einen Führer mit, damit sie zum Anblick Jagannaths gehen konnten. Doch der Mann, der ihnen Jagannath zeigen sollte, mahnte, sie sollten sich recht gesetzt benehmen und es nicht so wie der Goswami machen. Ich verstehe nicht, was für eine Art von Leute ihr seid. Erst beruhigt euch und dann kommt in den Tempel. Denn einer von euch hat sich so aufgeführt, dass es ein Wunder ist, dass Jagannath noch auf dem Throne sitzt. Einem anderen hätte es das Leben gekostet, so schwer ist er auf den Boden gestürzt. Ihr seid seltsame Leute, also bitte, nehmt euch zusammen. Die Bhaktas lachten und versicherten ihm, sich recht benehmen zu wollen. Dann schauen sie Jagannath, den in vierfacher Entfaltung sichtbar offenbaren. In Klammer als Jagannath, Balarama, Subhadra und als das Sudarshan Chakra. Alle werfen sich grüßend Gott zu Füßen. Die Tempel-Brahmanen bringen Jagannaths Blumengränze. Geben sie den Bhaktas. Schnell gehen sie dann zu Sarvabomas Haus. Dort liegt Mahabrabhu noch immer unverändert in Aneinander Ohnmacht. Sarvaboma weilt zu seinen Füßen. Alle Bhaktas singen, Rama, Krishna. Dann erhebt er sich, der das Leben aller Welten ist. Die Bhaktas rufen. Hari! Prabhu erlangt wieder seine Fassung und fragt, was ihm heute zugestoßen sei. Nityananda berichtet. Als du Jagannath bloß sahst, bist du sofort ohnmächtig geworden. Sarvaboma war zufällig im Tempel und brachte dich in sein Haus. Überwältigt von Versunkensein in Aneinander bist du seit neun Stunden ohne Bewusstsein der Außenwelt. Da vor dir sitzt Sarvaboma und grüßt dich. Prabhu! Jagannath ist sehr gnadenreich, dass er mich in Sarvabomas Haus bringen ließ. Ich war besorgt, wo ich euch alle wiederfinden werde. Leicht ist mein Wunsch erfüllt worden. Und hört, was mir heute geschah. Ich sah Jagannath in meinem Herzen und ich sprang, um ihn zu erfassen. Weiter weiß ich nichts. Glücklicherweise war Sarvaboma gegenwärtig und verhütete eine Katastrophe. Nityananda. Alles ist also gut gegangen. Nun geht alles schnell und badet. Es ist schon spät. Prabhu zu Nityananda. Nityananda, du wirst mich beaufsichtigen. Heute habe ich dir meinen Leib übermacht. Alle baden in prima Freude, sitzen zusammen, er lacht. Sarvaboma lässt Mahabrasada bringen. Fußnote 471 Mahabrasada ist das Opfermal, das vorher im Kult Jagannath dargebracht worden war. Wörtlich bedeutet Mahabrasada große göttliche Gnade. Prabhu grüßt verehrend das Mahabrasada, weist die Bhaktas an, die guten Speisen zu essen, ihm nur das Gemüse zu geben. Und er isst von goldenem Teller, auf dem ihm Sarvaboma zu essen gibt. Da geschah es, dass Prabhu eines Tages einsam mit Sarvaboma zusammen war. Und er sagte zu ihm, heute will ich vor dir aussprechen, was ich auf dem Herzen habe. Als ich zum Anblick Jagannath kam, da war der Zweck, du. Und du warst und bist mein Freund. Du musst mir von Jagannath berichten. In dir ist Krishnas Shakti voll gegenwärtig. Du vermagst, mir Prima Bhakti zu Krishna zu geben. Ich habe bei dir meine Zuflucht genommen. Tue alles, was du kannst, zu meinem Heil. Sage mir, welche Regeln soll ich beachten? Wie soll ich mich verhalten, damit ich nicht in den wasserlosen Wüstenbrunnen der Wandelwelt stürze? Und in ähnlicher Weise vertrübt Harry mannigfaltige Täuschungen und Sarvaboma, der Chaitanjas Gottwesen, nicht erkannte, erläuterte ihm die verschiedenen religiösen Pflichten der Jeevas. Er erklärte, zu dem, was du sagst, kann ich nur sagen, dass mir an dir alles gefällt. Bhakti ist in dir aufgegangen wie die Sonne unerhört. Krishnas Gnade ist mit dir. Nur eines hast du getan, was sich nicht ziemt. Du selbst bist so klug und weise. Doch warum hast du Sanyas genommen? Sieh selbst und denke nach, was an einem Sanyasi dran ist. Vor allem hat er starke Bindung durch Dünkel. Er trägt den Stab in der Hand, hält sich für einen großen Weisen, ist voller Stolz, grüßt keinen. Ja, er erwartet, ohne sich zu fürchten, den ehrerbietigen Gruß von solchen, deren Fußstaub er selbst den Wegen gemäß nehmen sollte. Dieser Dünkel ist keineswegs gut, denn das Bhagavatam 11.29.16 sagt, Da Bhagavan als Teilaspekt seines Teilaspektes in Gestalt des inneren Lenkers in allen Wesen eingegangen ist, soll er allen Wesen bis zum Hund und zum Wilden zu Füßen fallen und sie ehrend grüßen. Das ist die religiöse Pflicht des Vaischnava. Er soll alle grüßen. Der Sanyasi, der Flaggenträger der Religion, hat dazu keine Lust. Also, Opferschnur, Haarlocke ablegend, wozu? Ehrfurcht erweisen, nicht Ehrfurcht entgegennehmen. Das ist großes, großes Glück. Und wenn du nun einwendest, dass Madhavendra Puri und andere große Seelen doch auch Sanyas genommen haben, dann sage ich, bedeutet es, dass du das in deinem Alter tun kannst? Diese Großen haben während drei Viertel ihres Lebens das Leben genossen und haben dann später Sanyas genommen. Doch du bist gerade im Jugendalter und man kann auch nicht sagen, dass du zur Erfüllung des höchsten Lebensziels ein Bettelmönch werden wolltest. Denn das höchste Lebensziel, Bhakti, ist ja bereits in dir. Das, was die großen Munis und Yogis nicht erlangen können, das hast du ja schon. Also wozu deine Verirrung, ein Sanyasi zu sein? Als Gorachandra, Narayana, diese Worte Sarvabhomas über den Bhakti-Yoga hörte, freute er sich sehr und sagte, Vernimm, edler Sarvabhoma, du musst mich keineswegs für einen solchen Sanyasi halten. In Trennung von Krishna ist mein Sinn verwirrt worden und ich verließ das Haus und ließ Schnur und Haar. Bitte, höre auf, mich für einen Sanyasi zu halten. Habe Gnade zu mir, sodass mein Sinn sich dem Krishna zuwende. Also betörte Prabhu seinen eigenen Diener mit seiner Maya. Wie hätte Sarvabhoma ihn erkennen können? Wenn er nicht die Kraft gibt, ihn zu erkennen, wer könnte ihn erkennen? Ishvara spricht mit seinem Diener, der ihn nicht erkennt und ist hoch erfreut und zufrieden mit ihm. Ewiglich spielt Prabhu mit seinen Dienern und um ihretwillen wird er selbst Avatara. Chaitanya Chandrodhayam 6 Sarvabhoma und sein Schwager Gopinath Acharya sprechen miteinander über Chaitanya in Gegenwart Mukundas und dem Schüler Sarvabhomas. Gopinath stammt aus Bengalen und ist ein Bhaktar Chaitanyas. Sarvabhoma O Acharya, wenn ich diesen Chaitanya anschaue, beginne ich zu zittern in Liebe und in Kram. Ich bin verwandt mit seinem Großvater Nilambara Chakravarti und deshalb habe ich ihn sehr lieb. Doch warum hat er in so jungen Jahren den Mönchstand angenommen? Und wer ist sein Guru für das große Wort? In Klammer, das bedeutet, wer hat ihm den Mantra gegeben? Gopinath Kesava Bharati Sarvabhoma Warum ist er in die Bharati-Traditionsfolge hineingegangen? Gopinath Er kümmert sich nicht um äußere Dinge. Sarvabhoma Was heißt hier äußerlich? Gopinath Nur die Bedeutung der Traditionsfolge Sarvabhoma Was ihr sagt ist nicht stichhaltig. Die Bedeutung des Lebensstandes ist keineswegs äußerlich. Gopinath Es handelt sich ja da nur am Ansehen und das ist eben äußerlich. Sarvabhoma Ansehen ist wichtig. Ich sage dir das. Ich werde dafür sorgen, dass er durch einen Bettelmönch, der einer edlen Klasse angehört, wieder die heilige Schnur des Brahmanen erhält. Durch Vedanta hören wird er geläutert werden. Gopinath Ärgerlich O Bhattacharya Ihr kennt seine Größe nicht. Nach dem, was ich gesehen habe, ist er unzweifelhaft Ishvara selbst. Mukunda für sich O Acharya Gopinath Gesegnet bist du, denn durch deine Worte hast du mein Herz das Brandte kühl gemacht. Der Schüler Was für einen Beweis gibt es, dass er nach eurer Ansicht Ishvara ist? Gopinath Durch Beweise kann das Wesen Gottes nicht erkannt werden, denn die Ursache für unzweideutige unmittelbare Erkenntnis Bhagavans ist bedingt durch seine ergreifende Gnade. Einer der Schüler Wo habt ihr denn das Wissen von dieser Ursache her? Gopinath Aus dem Wort des Purana In Klammer Er rezitiert Bhagavatam 10.14.29 Und doch O Gott Wer erfasst ist von einem Stäubchen der Gnade vom Paar der Lotuse deiner Füße In Klammer Das heißt Wer von einem Bhakta erwählt worden ist Wahrlich Der weiß das Wesen der Größe Bhagavans und kein anderer Auch wenn er durch unendliche Zeit sich suchend bemüht Die Schüler lächelnd Wie? Dann habt ihr also alle eure Tage umsonst damit verbracht die Schriften zu studieren? Gopinath Das ist eine besondere Liebhaberei von mir Sarvaboma sein Wesen erkannt werden können Der Schüler für sich Wie kommt es denn bloß dass Sarvaboma mit ihm in solcher Ehrfurcht spricht? Schwätzen sie bloß oder treibt er Spaß mit ihm weil er der Gatte seiner Schwester ist? Gopinath Badacharya Auf das was ihr euch in Bezug auf Ishvara an Ungereimtheit geleistet habt Darauf habe ich in meiner Ungeduld ein wenig geantwortet Es ist nicht logisch dass ihr der ihr so unendlich tief seid das wegschwatzen wollt Sarvaboma Oh jetzt verstehe ich Du bist ein Weischnaber Gopinath erleichtert Wenn ihr seine erbarmungsvolle Gnade haben könntet dann könntet ihr das auch werden Sarvaboma Nun wir wollen das nicht noch länger ausdehnen In Klammer Sarvaboma geht ab mit seinen Schülern Gopinath Oh Mukunda komm komm In Klammer Nachdem ein Stück gegangen ist Oh Mukunda von dem Donnerkeil der Worte des Badacharya Sarvaboma ist mein Herz zerschnitten Wenn der höchst erbarmungsvolle Bhagavan den Donnerkeil herausnimmt dann wird mein Herz wieder Frieden haben Mukunda Ist für Bhagavan etwas unmöglich? Ist für Bhagavan etwas unmöglich? Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 6.112 bis 194 plus 6.120 bis 214 Sarvaboma fing an dem Prabhu Vedanta vorzutragen und in Zuneigung sagt er zu ihm Es gehört zur Pflicht des Sannyasi dass er Vedanta hört Höre also täglich Vedanta In Klammer 112 bis 113 120 bis 121 Bravo Du bist gut zu mir und es ist wirklich deine Pflicht dass du mir sagst was ich zu tun habe In Klammer 114 122 Sieben Tage hörte er zu ohne sich zustimmend oder abfällig zu äußern Am achten Tag sagte Sarvaboma Du hast nun sieben Tage Vedanta gehört Doch äußerst du dich nicht dazu Schweigst bloß Ich weiß nicht ob du Vedanta verstehst oder nicht Prabhu zu Sarvaboma Ich bin einfältig habe nichts studiert Du hast mich angewiesen und deshalb höre ich zu Ich erfülle meine Sannyasi Pflicht und höre zu Deine Kommentare aber vermag ich nicht zu verstehen Bad Acharya Wenn jemand sieht dass er etwas nicht versteht dann wird einer doch immer wieder und wieder Fragen stellen Doch du hörst zu und hörst zu und sagst kein Wort Was in deinem Sinn vorgeht verstehe ich nicht Prabhu Den Sinn des Vedanta Sutra verstehe ich klar und deutlich Deine Erklärung im Sinne Shankaracharyas aber stört meinen Geist Es ist doch die Aufgabe eines Kommentators den Sinn des Sutra klar zu machen doch dein Kommentar verschleiert mir den Sinn des Sutra Du erklärst die Sutras nicht ihrem unmittelbaren Wortsinn entsprechend sondern verschleierst den Sinn durch eine zusammengereimte Erklärung Den unmittelbaren Wortsinn den die Worte der Upanishaden enthalten eben diesen unmittelbaren Wortsinn spricht Vyasa in den Pramasutras aus Du aber lässt den direkten Wortsinn beiseite und erfindest einen sekundären Wortsinn Die unmittelbar sinnerhellende Kraft eines Wortes gibst du auf und gibst einen sekundären abgeleiteten Wortsinn Der Sinn der Sutras des Vyasa ist wie die strahlende Sonne während die selbst erfundenen künstlichen Kommentare so wie Wolken sind die den Sinn der Sutras bloß verhüllen Die Definition welche die Veden und Puranas vom Brahman geben ist diese Das Brahman ist das ganz große mit dem Kennzeichen des Herrseins Fußnote 472 Das heißt im Vollsinn des Wortes wird der Ausdruck Brahman für das absolute überhaupt das ganz große gebraucht schließt also ein was die Shastras als Bhagavan den persönlichen Gott an sich und als Paramatma den persönlichen Gott in seine Beziehung zur Welt und als das Brahman im engeren Sinn des Wortes bezeichnen nämlich den unendlichen Lichtglanz der von Bhagavan und Paramatma ausgeht Vergleiche Krishnas Worte in der Bhagavad Gita 14.27 Ich bin die Grundlage des Brahman Wie kommst du dazu zu erklären dass Bhagavan selbst der voll und ganz Allmacht und Herrscherkraft besitzt gestaltlos sei Eben dieselbe Schruti Weder die mitteilt dass er frei von den Eigenschaften der Welt ist sagt aus dass er durch überweltliche Eigenschaften gekennzeichnet ist Die Welt stammt aus dem Brahman hat ihr Leben durch das Brahman und in das Brahman verschwindet sie wieder Fußnote 473 aus der Hymne Brahmas des Weltenbildners an Krishna Vergleiche Seite 114 Diese drei Kennzeichen also dass Bhagavan Applativ Instrumentalis und Lokativ der Welt ist beinhaltet dass er Eigenschaften hat Der Sinn der Aussagen der Veden ist verborgen und nicht leicht zu erkennen Es sind die Aussagen der Puranas die den Sinn eines vedischen Wortes klar machen Oh wie groß ist das Glück der Bewohner von Nandas Vraja denn sie haben zum ewigen Freunde das höchste Glück in Klammer Krishna die Fülle des Brahman in Klammer Bhagavatam 10.14.32 Fußnote 474 aus der Hymne Brahmas des Weltenbildners an Krishna an Krishna für gleiche Seite 114 Das innere Wesen des Herrn ist ganz sein Erkenntnis und Glück Glück Die ihm selbst die ihm selbst ganz eigene Chit Shakti hat dementsprechend drei Seinsweisen sie ist Ladini die Kraft die Kraft die dem Aspekt des göttlichen Glücks entspricht sie ist Sandini die Kraft die dem Aspekt des wahren Seins entspricht sie ist Samvit die Kraft die dem Aspekt der reinen Erkenntnis entspricht Die ihm ganz innerlich eigene Kraft ist die Chit Shakti Die ihm ganz äußerlich eigene Kraft ist die Maya Shakti Die an der Grenze dazwischenliegende Kraft ist die Shiva Shakti Alle drei dienen ihm in Prima Die sechsfache Allgewalt und Kraft des Herrn ist eine Entfaltung der Chit Shakti Es ist schon eine Vermessenheit diese Shakti ablehnen zu wollen Wundere dich nicht dass Bhakti zu Bhagavan in Klammer Chit Shakti als Dienerkraft das wirklich höchste Ziel ist Denn selbst diejenigen die wissen wer ihr Atmer ihr wahres Selbst ist sie verehren liebend den Herrn Solche Art sind die unausdenkbaren Eigenschaften Bhagavans Sogar diejenigen die frei sind von dem Knoten des Herzens in Klammer das heißt die nicht mehr den Atmer für ihren Leib ihren Geist ihre Sinne halten die in der Freude des Atmer leben und die großen Weisen sie hegen dienende erkennende Liebe Bhakti die nicht mehr für sich selbst begehrt zu dem weithinschreitenden Gott Solche Art sind die überweltlichen Eigenschaften Haris Bhagavatam 1.7.10 Fußnote 475 Der weithinschreitende eine vedische Bezeichnung des von Zeit und Raum unbegrenzten Gottes Vishnu Als er das hörte sagte Bhattacharya Sarvabhoma Ich möchte gern den Sinn des Verses hören Doch Prabhu sagte Lass mich zuerst deine Erklärung hören Ich will darauf meine Sinndeutung geben Soweit ich sie weiß Sarvabhoma hörte das und erklärte diesen Vers und im Sinne der Beweisführung der Logik gab er mannigfaltige Deutungen Als Prabhu 9 verschiedene Sinndeutungen gehört hatte die auf der Methode der Logik aufgebaut waren sagte er lächelnd Du bist wirklich Priyash Pati in Klammer der beretsame Lehre der Götter im Himmel und niemand außer dir hat die Kraft solchen Shastra Erklärens Du hast den Sinn mit viel Aufwand von Gelehrsamkeit gegeben Doch gibt es außerdem noch eine Menge von Bedeutungen auf die dieser Vers abzielt Der Bitter des Bad Acharya entsprechend erklärte nun Prabhu ohne auch nur eine von Bad Acharyas Sinnerklärungen zu berühren Dieser Vers der mit Atmarama beginnt hat elf Worte Zuerst erklärte Prabhu dem Sarvabhoma den Sinn jedes dieser Worte für sich Dann erklärte er indem er die wichtigsten Worte mit dem ersten Worte Atmarama in Verbindung setzte Den Sinn des ganzen Verses im Auge behaltend gab er noch weitere 18 Sinngebungen Sprach von Bhagavan seiner Shakti seinen göttlichen Eigenschaften und von der unausdenkbaren unausdrückbaren Kraft dieser drei Diese drei Bhagavan seine Shakti seine göttlichen Eigenschaften stellen alles in den Hintergrund was es sonst noch an Zielen und Wegen zu den Zielen gibt und sie rauben den Sinn der Vollendeten so wie der Strebenden Auf diese Weise gab er viele Erklärungen des Verses Bad Achar hörte zu und war sehr erstaunt Er erkannte dass Prabhu Krishna selbst ist und verwünschte sich Er ist Krishna selbst In meiner Anmaßung erkannte ich es nicht Ich beging ein großes Vergehen gegen ihn Er tadelte sich selbst heftig und nahm seine Zuflucht bei ihm Und es kam Prabhu in den Sinn ihm Gnade zu erweisen Er ließ ihn seine eigene Gestalt schauen zuerst die vierarmige Gestalt der Gottes Majestät und dann die liebliche Krishna Gestalt seine eigentlichste Gestalt mit der Flöte Sarvabhoma schaute fiel wie ein Stock auf den Boden erhob sich und rezitierte mit gefaltenen Händen einen Hymnus Durch Prabhus Gnade leuchteten ihm alle ontologischen Wahrheiten auf und er wurde fähig die Größe Prabhus ebenso wie die des Gottesnamens des Schenkens der Prima Bhakti und so weiter zu beschreiben Hundert Hundert Verse verfasste Sarvabhoma in Kürze Das ist mehr als selbst Priyash Pati vermag Prabhu freute sich und umarmte ihn Von Prima überwältigt wurde Sarvabhoma bewusstlos Tränen starr werden Herrchen sträuben Zittern Schweiß heftiges Zucken und er tanzt singt weint und er fällt den Prabhu zu Füßen Fußnote 476 Eine Reihe von Sarviga Vavas und Anubavas werden bei Sarvabhoma sichtbar Dass du die Welt errettest das ist nur wenig doch dass du einen Sünder wie mich errettet hast wahrlich das ist unerhörte Kraft ich war träge wie ein Eisklumpen im System der Logik befangen du bist wie ein wildes Feuer und hast mich zum Schmelzen gebracht Chaitanya Chandrodhaya 6 Damodar und Chagadananda treten auf die Bühne Beide Deva Der Bad Acharya hat uns mit zwei Strophen geschickt und er sendet als Mal die Überbleibsel von dem was Jagannath zu sich genommen hat Bhagavan Er erweist mir Gnade Mukunda Ich will einmal die beiden Strophen anschauen Er nimmt das Blatt aus Bhagavans Hand und liest vor Er der eine der Ozean von Gnade der urerste Purusa hat die Gestalt Krishna Chaitanyas um Entsagung Vairagya und Wissen Jana und den Yoga der Bhakti zu sich selbst zu lehren Bei ihm nehme ich meine Zuflucht Er ist gekommen um den Bhakti Yoga zu sich selbst der im Laufe der Zeit verloren ging wieder zu verkünden und und er heißt Krishna Chaitanya Möge die Biene meines Herzens ganz dicht an den Lotussen seiner Füße haften Mukunda liest vor schreibt die Strophen auf die Mauer und gibt das Blatt wieder in die Hand des Deva Bhagavan schaut es an und zerreißt es Die Umwandelung des berühmten Logikers Sarvaboma hat weit über die Grenzen des großen Reiches Orissa hinaus einen nachhaltigen Eindruck gemacht